Dir und deinen Freund ist langweilig. Du weißt nicht, was du tun sollst. Du brauchst eine alte Zeitung und einen Stift. Viel Spaß in diesem Video. Bei der ersten Methode kannst du auch alleine sein. Du brauchst einen Stift und eine Zeitung. Suche in der Zeitung ein Gesicht. Nun kannst du einen Bart und eine Brille raufmalen. Viel Spaß. Für die zweite Methode brauchst du eine Lernseite. Malen wir seinen Raster rein. Jetzt könnt ihr Dik-Tak-Doh spielen. Dafür braucht ihr zwei Spieler. Wer drei in einer Reihe hat, gewinnt. Und jetzt spielen wir ein Ratespiel. Schreibt ein Wort. Aber lasst den paar Buchstaben aus. Jetzt muss dein Freund die fehlenden Buchstaben einsetzen. Weißt du, ob er es schafft. Was zum Beispiel heißt das? Als nächstes, mit einer Seite aus der Zeitung und fehlend die zusammen. Jetzt ist es ein A4-Blatt. Jetzt könnt ihr einen Papierflieger falten. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020